Hallihallo und herzlich Willkommen meine lieben Menschen, mein Name ist Micha Waletzko und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Sendung. Du hast alles und bist trotzdem unglücklich. Sehr sehr häufig, immer häufiger passiert so etwas, beziehungsweise kommt man mit so etwas in Berührungen mit Leuten, die sagen, ey ich hab doch alles, aber irgendwie bin ich trotzdem unglücklich. Ein fettes Haus, fettes Auto, Geld ohne Ende, Familie, Frau, alles ist da und trotzdem sind die Leute unglücklich. Sie brauchen immer den nächsten Kick. Ja, ich muss mir das kaufen, dies kaufen, das machen, dies machen, den nächsten Berg erklimmen, ein teureres Fahrrad kaufen, eine fettere Uhr, ein fetteres Auto, ich muss noch mehr Geld verdienen, die Frauen, weiß ich nicht, müssen sich die nächste Handtasche kaufen, das neue Küchengerät, was auch immer. Also all die Dinge, wo wir versucht werden als Männer und Frauen, in der Regel irgendwo, ja, die Männer in der Richtung, die Frauen in der Richtung und das waren nur ein paar Beispiele und die Frage, die man sich dann stellt, ist, warum, obwohl ich alles habe, bin ich unglücklich und unzufrieden? Warum ist das so? Und aus dem Heft kann ich wirklich jeder Frau empfehlen, ihr lieben Frauen, das habe ich selber von meiner Frau zugeschickt gekriegt, also ein Artikel über, sie hat mir da einen Screenshot von geschickt aus diesem Heftchen und ich werde daraus gleich mal einen kurzen Artikel vorlesen, ganz, ganz wertvoll, Sonne im Haus, authentisch wertvoll, erfrischend, das Magazin für Mütter, das Magazin für Mütter, checkt es, www.sonneimhaus.com und dort steht unter anderem an einer bestimmten Stelle folgendes, das Leben im Rhythmus ist dem Menschen auf den Leib geschneidert, weil das quasi der Bauplan ist, nachdem er erschaffen ist. Lebt er den Rhythmus nicht mehr, beziehungsweise versucht er ihn durch permanentes Verlängern der Hochzeiten auszuhebeln, beraubt er sich selbst. Das heißt, wenn wir immer den nächsten Kick suchen, ja, und wenn wir immer, weiß ich nicht, versuchen, es uns irgendwie angenehm zu machen, damit wir diesen Hunger, diesen Durst stillen nach Befriedigung. Versucht er ihn durch permanentes Verlängern der Hochzeiten auszuhebeln, beraubt er sich selbst. Das Leben wird schalflach und leer. Das bewusste Einstimmen in den Rhythmus von Fasten und Feiern, von Arbeiten und Ruhen, von Werk und Feiertag bringt nicht nur viel Freude mit sich, sondern auch Segen in Fülle. Wer sich keine Annehmlichkeiten versagen kann, wird sich nie ein Glück erobern. Und das ist es, auch was die Kirche lehrt, deswegen haben wir, wie es eine Heilige gesagt hat, wenn Fasten, dann Fasten, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn. Und so ist das in der Kirche auch. Wir haben Fastenzeit, dann haben wir wieder Hochzeit, ja, Hochzeit, wo wir feiern, wo wir Gas geben dürfen, ja, vielleicht auch ein bisschen, ja, mehr reinhauen als vernünftig in gewisser Weise. Naja, es ist immer vernünftig, gut zu essen, vernünftig zu essen, nicht zu viel zu essen. Aber, ja, die Kirche gibt uns eine Leitlinie, wo lang? Ja, dass man sagt, so, jetzt haltet euch ein bisschen zurück, damit ihr euch wieder ein bisschen besinnt. Und es werden auch wieder Zeiten kommen, wo ihr ein bisschen, ne, ihr wisst schon. In diesem Sinne, gelobt Jesus Christus und Maria, ich hoffe, es hat euch geholfen und ich kann euch wirklich nur ermutigen, wenn ihr dieses Heftchen noch nicht habt, sondern im Haus, checkt es, abonniert das, es kostet nicht viel, kommt viermal im Jahr raus, soweit ich weiß. Für die Mütter, ihr Männer da draußen, wenn ihr Bock habt, eurer Frau eine Überraschung zu machen, abonniert das mal für sie. Es ist ein sehr, sehr schönes und kluges Heft für unsere wunderbaren Frauen und Mütter. Gelobt Jesus Christus in Ewigkeit. Amen, bis zum nächsten Mal und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.